Jetzt hab ich alle zum Spiel eingeladen, Decker. Ja, warte, ich trau mal kurz rein. Ich meine, unten links ist nichts. Ich hab Party, unten links ist die Karte. Ah, die Karte hab ich hochgestellt, dass die nichts kostet. Oh, ist unten rechts was? Unten rechts ist nichts, ne? Die ist doch, Kammer. Und sonstiges. Nee, die ist ja Mitte. Nein, die ist rechts. Also, ich hab's ja rechts. Die ist ja Mitte. Ja, am Coppit, ja. Aber unten rechts ist nochmal die Anzeige für die Boxen, Stops und sonstiges, dass du mit den Refis richtig reden kannst. Achso, stimmt. Ja, unten links wird schon passen. Klar und deutlich. Super, Meister. Okay, ehrlich. Okay, ehrlich. Okay, ehrlich. Jetzt sind 18 Leute drinnen. Jetzt ist einer zu viel, äh, drinnen. Oder fährt jemand noch als Ersatz für jemanden? Fette Racing ist da. Nein, nein. Aber wie ist er? Race ist drinnen. Fette Racing ist drinnen. Hauptsache, Säger. So, McLaren hat einen Ersatzfahrer und glaub irgendjemand hat noch einen Ersatzfahrer. Dann kommt Haas, Säger, ist allein stehen. Mit Kevin. Ist das mitte links, mitte links? Nix, gell? Mitte links. Mitte links. Ist halt dein Cockpit. Nee. Naja, nee. Oder meinst du zwischen, äh, Karte und Cockpit? Ja, ist gar nicht. Tomate. Solange du dir die Deltaanzeige siehst, friggen. Ok super. Wäre tatsächlich nicht so béd. Dicke, was für eine Trapence, äh, äh, Trapence hast du denn an bei der Party monde? Oder wie heißt Sie, diese Helligkeit beim Party over Level? Wie heißt das nochmal? Transparenz. Ne, Transparenz. Du hast... wants du sie auf 100. Äh, weiß ich nicht. Oh ja Hauptsache Rebo zeigt erstmal die Anpassung von KaiYoku KaiKaKaKaKaKaKaKa Scheiß drauf Digga Hat er jetzt gerade auch eine Meldung bekommen, dass ich stream? Wieso zeigt uns Rebo sogar die Einstellung? Na, alle drücken jetzt bereit Warum nicht? Ey, wir können jetzt... Wir können auch gleich sofort bereit drücken und sonstiges, das ist ja qualifend Solange es kein Rennen ist, können wir gleich sofort bereit drücken, ne? Ja Ok, das ist gut Habt ihr jetzt eigentlich noch eine Meldung bekommen, dass ich auch live bin? Nö Warum nicht? Ich hab's ein Ja, vielleicht liegt's daran, weil wir bei Yanni schon einen haben, dass es bei T-Orton auch mit einem ist Dafür, ich geh mal von aus Na, das könnte auch ein Bug sein Na, das ist der Anzahl... der ist der Anzahl... der ist der Anzahl... Wahrscheinlich ist er auch gleich offline geschalten Ja, er ist bei ihm auch offline geschaltet Hm Deswegen Ah, schließe Ja, steht auch Ja genau, bitte den Stern Ey, Rapper ist hier so ein... Die Presse, ey Ah ne, ich weiß glaub warum, ich hab glaub bei Twitch eingeschaltet, Code mich jetzt... Stimmen geschaltet Bittier Pfade dei Bittier Entschuldigend Entschuldigen Sie Fall dann mal hier kurz gruppe Chat und einen Sonst will ich ja in meinem Stream selbst gespreche Ich kann damit dir aber glauben, weil du keine Freunde hast Ich hab aber keine gehört. Hallo. Hallo. Hallo, entschuldigens. Boah, ich warte erstmal ein bisschen. Willst du schon wie die anderen fahren? Ist aber kein Regen, oder? Nein, nein. Mal schauen mal kurz. Nö, ist nicht nach Sonnenhaus. Ich will ja jetzt, ob ich jetzt gleich sofort rausfahre, aber ich hab eigentlich, dass jemand anders gleich... Ach komm, scheiße, hab ich weiter raus. Nö, jemand anders hat das raus. Tobi habe ich schon lange nicht mehr auf der Strecke gesehen. Der wird nicht aus der Übung gekommen sein. Na komm, ich geh raus, denke. Ja, okay, wenn Karl rausfährt, dann geh ich nicht raus. Ich kann jetzt schon sagen, wir werden beide in der Fahr-WM Platz verlieren wegen Tobi. Erso? Ja, der wird safe für Top 3 holen. Ist sowieso gut. Ich hab nicht einmal gesehen. Der war auf Platz 2 in der Fahr-Meisterschaft letzte Season. Guck jetzt mal Armour zu, Digga. Ich will mal gucken, wie er erst reinfällt. Ich seh gar, wie Phil rausfährt. Ist doch spannend. Phil ist Armour da. Phil verrägt eh wieder. Jetzt schon. Ich hab'n Körbe, ich müssen noch mal... Ich hab' mir nicht so klar, dass Armour ein 15-jähriger Bangle ist. 16. Achso, 16. Ja, ich weiß immer noch nicht, wie ich die Schikane richtig nehmen soll. Ich fahr' jetzt auch raus. Ich fahr' jetzt auch raus. Achso, ich hab' mir schon an, du bist raus. Ich brauch's doch. Ich fahr' jetzt. Ich fahr' jetzt. Tobi hat' ich sie vermass'n. Tobi! So, Armour jetzt auf der Schneidenrunde. Okay, let's go. Das ist los, Mama. Das tutte. Ich fahr' jetzt. Ja. ist mir echt ein rätsel wie armor das so schnell kriegt er fährt eine 121 8 ich fahre eine 1224 und der ist zwei drei sekunden schneller, das ist unglaublich danke mama beim übrigen ist der switch overlay ganz unten links macht dann ist es perfekt also strecke sieht man komplett und cockpit sieht man komplett der profi streamer geht es auch raus kommt eigentlich mal ein guter fahrer auf der strecke ach 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 Danke sehr. Ein fährt raus, okay. Tschau. Tschau. Eine Flagge in der Probe. Das ist alt, da steht da irgendwie random drin. Gott. Wenn mal alt. Oh, schön. So, jetzt begeg ich auch mal eine schnellen Runde. Motor. Ich hoffe, die Meister. Oh shit, ich fahre alle raus. Oh shit. In der neun. Der ist die ganze Zeit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Hilfe! Alter, die Erskurve, die war grad zu huhu! Ich mochte nicht. Ach, was ist die denn? Noch beruhiger ist, dass wir beide von jetzt wieder sind. Ich hab jetzt, ich bin dritter Platz mit 1, 22, 7. Tobi hat noch keine Runde. Der wird noch mal kommen. Der Tobi ist mehr ich, der ist mehr ich. Ich bin erstmal wieder, da brauch ich den ein bisschen. Der ganze Schwanz. Die Leute sind raus. Na, ich fahr jetzt sowieso rein. Und, verkackt. Ich fahr jetzt noch raus. Die fahr ich nochmal? Ich glaube, ich hätte, äh, viel mehr Zeit raus tun, äh, hätten können, wenn ich weniger Beziehung genommen hätte. Ich fahr jetzt wieder los. Ich hab übelst das Gefühl, dass ich gleich kotzen musste Entspannend Du bist so ein Läger Du hast zu viel Ebu-Profaxe Der hat zu wenig Ebu-Profaxe Der hat zu viel Ebu-Profaxe Wenn man diese Kurve vor Sektor 2 fährt Dieses F1 sieht immer aus wie das Uchiha-Clan-Logo Ok, ich bin jetzt vierter Platz Tobi hat eine 1,22,3,3,9 Fürth hat eine 1,22,3,9,9 Wundern F9,3,4 Wundern wundern Was ist denn da los, Mann? Was ist denn da los, Mann? Was bricht denn eigentlich da? In zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch auf Bist des Tages Flipp, 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 Flippen Jaja Bist du auf der Strecke oder draußen, also äh Das ist normal Das ist normal Der ist, Mann Was hat Vettel ge- Was hat Vettel ge- Ich brauch jetzt mal eine Zeit hier Super Oh, wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich Immer noch V12 Ah, spannend Ach Ja, also ich fall gleich nochmal rein Scheiße Und gültige Rufenzeit Hä, ich war grad vierhundertsten schneller Und bin immer noch auf dem selben Platz Scheiße, weiter Alles klar Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein Wenn ich gleich in die Boxe ran Ja, Reifen Uah, Alter Reifen wechseln, schnell wieder raus fahren, irgendeine Rundenzeit fahren Irgendwas, Alter Hast du doch gar keine Nee, ich fand die ganze ungültig Scheiße, Digga Ja, und das ist aber nicht selber ungekurven Ja, und das ist aber nicht selber ungekurven Huuuuh NEIN Hhhhhh Hhhhhh Achso, ja, Stream Ja, merkt ihr, einfach, vielleicht Weißt, ich wollt grad mein ERS wieder einschalten, Digga Und deswegen find ich ihn einfach gescheitert Scheiße Wir sind sechzehnte auf dem Temporadar Dreihundert Und zehn Km pro Stunde Alles bereit Das ist ja Nee, sag ich die Kleine aus Ja, auch noch das Mach auf, hab ich schneller, die Wichser kommt gleich wieder Oh Kevin, das geht jetzt Wen? Kevin Ah Insektor 2 Oder wie es aussieht Das sieht doch irgendwie nicht neu Man kann's wie auf der Strecke flachsen Sieht man gar nicht mehr Schade Dann machen wir mal meinen Streamkurs aus Und schalten dann wieder ein Manches, manches packt das Game Lass es mich raus auf Ja Das dürfte klappen Ich werde natürlich jetzt auch mein Audio wieder anziehen Was? Ich werde das Ich werde da Ich werde das Ja Und Super Dann Ich werde das Mm-hmm. Ich bin wieder da. Alter, Alter. Ich bin jetzt auf dem 5. Platz runtergerutscht. Eid mit der 1,22,8. Ich mit der 1,22,7. Du hast mir DNA verpasst. Wie bitte? Du hast mir DNA verpasst. DNA? Wer ist DNA verpasst? Ich. Du! Du auch, Kalle! Oh, die Sch**t! Gingol! Wah! Das Sch**e ist, hinter euch beiden ist noch vette Racing. Ja, ne Quali... Er hat ne Quali... Er hat ne Quali-Filme Ja... Und? Janni, willst du auch mal rausfahren? Ich fahr doch... Achso... Denn ich fahrt grad die ganze Zeit Wir hätten auch keine Zeit, das... Ja, weil ich ihn ja so ungültig mache Ach, jetzt ne? Ja, jetzt nicht... Oh... Ich lache nicht... 1, 24, 1 Ihr wisst jetzt, das ist Zeit Klaus, die und... Pfff... Hehehehehe Scheiße... Halt weg! Neee... Oh, warum? Digga, ich hab gar keinen Bock da vorne mitzustarten eigentlich bei den Top 5 Ja, mach mal Fütze, Fluppy, Tobi, Amor, hinter mir Eid, Strandbox Ja, viel Spaß, ne? Ey, fuck, Mann, Digga Ja, ja, und Strandbox, Ryder, Phil Na, Eid geht eigentlich, der ist nicht so aggressiv Ich guck jetzt einen 100%-Stream, so aggressiv kommt der mir nicht drüber Ey, so lang, glaubst du? Ne, vergleiche direkt, Digga Ja, sowieso Das ist ein Safe, ein Safe, Digga Ne, ich sag, ich predikte, es kommen drei Jo, Digga, der kann man ja aufhören zu zucken Ich hatte wirklich auf den Gründen, Digga, fuck, Mann Hm, weiß nicht Ihr seid ja beide, ihr seid, ihr seid, ihr seid beide wirklich DNF gegangen, fuck Alter, oh, scheiße Alter, unser Projekt Ja, damit der mir, weil ich jede Woche sage, vor allem wenn ein Projekt hinter mir ist, da hab ich Stress wie sonst was, weißt du? Ja, man tapps nicht nicht Boah, der ist dritter Man muss doch schon 300m Sekunden schneller sein Ne, ne, der ist grün Ihr wisst übrigens, da hast du mir Tobi mein, ne? Ja, ja Ziel kommt, da fahrst du einfach an Amor rein Ja, am ehesten von allen Reicht nicht Okay Okay Blut, wie konnte sie endlich verbessern Ne, ne Ne, ne 10 Minuten, ja, so Wer fährt uns? So toll, du hast ja schon Dann werden halt Leute reingefuckt, glaube ich Fuck Das KI ist auch lebensmüde Digga, ich, gerade die ganze Zeit, ob ich wirklich mitfahre, digga, mir ist echt gerade übel Wenn du, wenn du abbrechen musst, dann schnell ab Triss ich jetzt noch aus Das war eben rennen wir schon Ne, ne, ne Du musst wenn schon eine Runde fahren, dann in die Box fahren und Session wählen Damit die Krieg nicht weiterfährt Naja, was denn Die Klinge, die Arme, dann sind Ja Ja Auch gefallen Ja, krass, ne Boxt du das an? Hm, welcher Ne, 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 du schießt nur Na, wo fahre ich noch? Ach man, das wird nicht runter, ich guck auf Ah, das ist ungeklappig, halt Ne, ich fahre erstmal Ich fahre erstmal, ich fahre erstmal so lange Boah, Tobi auf der Outlab Rundfacken Rundfacken Wie der was? Wie ich schon am spacken Wollen wir kurz uns auf den Discord? Ich hau mal ganz kurz Ich weiß ja, irgendwie ist da ein Fehler, oder? Was denn, da ist ein Bug? Discord, Fahrerlage Ne, ne, ne Schön, diese Bugmasters Lazifi und Mazepin, neue Fahrer bei uns in der Liga Rennstart 1931 Platz 5 Alt Strandbox auf 7 Hat sich entschuldigt dafür, dass er meinen Namen nicht hier ersprechen kann Das ist schon ein süßer Typ, Digga, muss ich sagen Du Scheiße Platz 5 X Alt Auf Platz 6 Strandbox auf 7 Zillow auf Platz 8 Zillow auf Platz 9 Warte, Hobi, wir haben noch 3 Minuten Ok Zillow auf Platz 11 Zillow auf Platz 12 Zillow auf Platz 12 Stich BK Mart состоit Ich bin aber... Ist ein Einstopper schlau... Ist ein Einstopper schlaue... Ist das mit Hart schlaue? Ne, ja ne, ich mach, ich mach L-Plan. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Ne, auf. Hm, ich geh auf A. Hey, der sagt mir, dass unsere Strategie 6 Sekunden länger dauert. Ne, das glaub ich nicht. 12 Soft, 17 Medium, ist ja auch Selbstmord. Ich mach Medium Soft Soft. Und geht aufs Luft. Medium geht rein. Das mach ich auch. Das ist Plus 7 Sekunden. 128. Seit Plus 7 Sekunden, ne? Du wirst noch weit davon halten, das soll. Oh, what? Weil ich mach grad mein Ding, äh. Nicht, äh. Schon mal bei der Konkurrenz, aber ups. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass man es immer schafft, das dritte Liga-Rent zu verpänen. Also, das ist schon echt überhaupt... Ja? Okay, gut. Ich hab eine. Lust denn? Mach's, ähm. Hey, nachmachen. Hm. Hm. Geht aber... Du hast ein Echo. Okay, warte. Ja, ich weiß es auch nicht hin. Das ist das Zimmer. Das ist die Atmosphäre. Hm. Das ist die Atmosphäre. Ich schau mal, was... Ich schau mal, was Rapacee macht. Der Zeit-Seil-Strategie nicht. Verdammt. Gäß, gäß, gäß! So, Jani, was machen wir jetzt? Du willst weniger mitnehmen als wir Runden haben? Ja, ich bin ja, ich... Ich denke, das Medium-Soft-Soft ist sieben Sekunden langsamer. Ich weiß! Ich denke, das ist egal, was... Der ist egal, was denn für Strategie machen. Die wird eh nicht aufgehen, weil ich rechne mit Safety Cars ausnahmsweise mal. Und ich glaube, wir werden sowieso entweder früher oder später reinfahren. Ähm, deswegen... Ich würde schon fast echt bei einem Stopper bleiben und einfach umändern, wenn es sich anbietet. Kann man es einfach so machen. Wenn man jetzt sagt, wir machen Medium-Soft und gehen dann einfach nochmal Soft, Das ist einfach so. Naja, kann ich auch. Ich kann es umstellen, klar. Und was ist, wenn wir jetzt Medium-Soft-Soft machen, dann will der unbedingt, dass du reinkommst. Oder? Nee, dann auch nicht. Du kannst es auch noch umändern. Ja, aber dann lass dich einfach Medium-Soft-Soft. Geht es Runde 12 Medium und dann Soft und dann sehe ich ja, ob ich dann einfach nochmal auf Soft gehe, wenn ein Safety Car kommt. Nein, Digga, ich gehe Soft-Hart, Digga. Ich gehe auf 100 Prozent. Ich gehe auf 100 Prozent. Ich gehe auf 100 Prozent. ich überlege gerade, ob ich soft mit dem soft fahre ich weiß es nicht oder ich gehe erst Runde 15 ah ne, das ist auch scheiße ich lass meine Strategie und schau was passiert ja, ich lass sie, ich breiter das würde ich auch so sagen du bist so zu dir so komm, noch neu machen, du tüm äh, wann fängt an? 31? 31 yes sir ja, ich fahre einfach so lange nicht ah, 1, 1, 1, 1, 1, 1 wenn's nicht geht, dann gehe ich gehen, 11 ja, schreibe sag mal in Discord rein, dass du Auto abstellst ja, ich schreibe mich lieber eitmer privat an ja, oder so hm, hier, alt ja, alt ja, alt mir geht's nicht so heftig gut aber ich versuche komplett mitzufahren aber, äh, im Fall des Notes richtig? nein ich bleibe im schlimmsten Fall im Notfall oder so ja, im schlimmsten oder im Notfall, genau im, ja, im schlimmsten im schlimmsten Fall ja, dann gehe ich in die Box und gehe im Quitte soll ich eine Box abstellst, ist ja egal wenn's regnen, das siehst du ja, wir werden Season jetzt gespielen wir starten gleich mal eine Einführungsrunde und sagt Jeff mir wie ist die Strategie nach wie gekommen wer ist mit me? ey, wir werden Season nochmal gespielen S-A-S-S-I-O-N S-E-A-S-O-N äh, S-A-S-S-I-O-N also sie sie und son warte mal S-A-S-S-I-O-N ne? ja, ne ja, perfekt also Session S-E-S-S-I-O-N A-A-S-E-S-I-N A-A-S-E-S-I-O-N hab bald jetzt angeschrieben na, geht wirklich aus na, geht wirklich aus ne, aber aus dem Nachhinein im Nachhinein ist er ja dann die Nachricht der Fälle, denn es ist geklärt ja reich ach nee, Alter hat geschrieben, alles klar hat geschrieben, alles klar, ich drehe dich eh raus alles klar, ich drehe dich eh raus ja moin hallo, hallo warum habe ich einen roten Pfeil wieder hinter mir? du, was machst du denn da schon wieder für einen Scheiß? ich weiß nicht, was ich da hin mache irgendwie irgendwie irgendwas war gerade komisch hier muss man aufpassen, hier kommt eine Kurve ok irgendwas war gerade komisch über einen Kahn irgendwie die Kuppelung hat sie gedacht nö, brauche ich nicht, ich brauche die Kuppelung ich fahre einfach so los ach so, na dann Leute, ich glaube schon Buckmasters wieder richtig gewählt unterwegs naja na so ihr werdet von, sehe ich für ich dir? nö das Radar zeigt keine Störungen das Wetter sieht nicht aus nee, ich halte dich als Abstand entschlungen weißt ja, ich hätte reisen das war ja 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 Oh ne, jetzt hab ich auch richtig Schiss. Der Start ist immer das Schlimmste. Hinter mir ist es nur Projet, ey. Ja, eben, genau. Wegen ihm. Der Rest ist mir egal hinter uns. Und Vettel Racing. Projet. Na, Vettel Racing, der kommt nicht so nah ran. Das glaubst du. Ich glaub ich, ja. Ah ja, stimmt, wir sind ja gern da. Ich hab die schlimmsten Neu- Oh, wie im Täter. Okay, diesmal vergesst ihr das ERS, bitte nicht. Ich hab das Soft-Shopantan auch genommen, weil ich mir dachte so, yo, wenn es Safety-Car ist, geh ich die Hütte auf Medium. Wenn ich meine guten Reifen schon so lang halte. Lange halten. Alter, ja. No, Vollspeed. Approach, ich stehe genau hinter. Och du Scheiße. Ich hab jetzt die Aufzeichnung gestartet. Ja, ist ganz so. Bereit ich aus. Glück, Jungs. Gut Glück. Gut Glück, Herr von. Ja, ich hab grad nur meinen minimalen Frontflügel-Damage. Scheiße, ich hab Frontflügel-Damage, glaub. Timo, Timo, oder? Scheiße. Hast du das Bronflügel? Hast du die Wandflügel? Find ich glaub, bis in den Project rein. Alter hat mich schon überholt, ey. Bei mir, bei mir, bei mir war der andere gut dichtgemacht, das hatte, ich glaub, das war, dürfte Ritter gewesen sein, der war, hat er ganz gut gemacht. Das ist ein B-Jau-Letzter. Dich, äh, links waren so nicht rechts. Timo, hast du das Frontflügel? Bitte? Hast du das Frontflügel? Ja, ein bisschen. Ist das ein Kletch? Nee, hellgrün, aber hellgrün ist das ein Schlimmste. Oh, scheiße. Oh, als hättest du die Streckenbegrenzung... Ich hab's... Okay, das war mein... Mein Bad. Wirst du DNF lang? Wir ziehen eine alternative Strategie-Erlegung. Eine Strategie-Endung oder mit Plan A weitermachen. Oh, mit Safety Car. Geil, wird aber besser. Ähm... Bei welcher Minute? Bei der Runde... Ach, Runde 1, ja, aber auch. Ich hab nur schon auf welche Runde. Ähm, ja, ich kann mal... Fuck, ich hätte reinfahren sollen, ich Idiot. Okay, ja, das war... Ich hätte reinfahren sollen. Ich hab mein erstes Fehler-Season gemacht. Wuh! Ich hätte reinfahren sollen, ich debb mit meinem Vögel-Damage. Es ist wie bei dir eine Kurve gewesen, wo ich diesen scheiß Fehler mache. Es ist immer dieselbe. Los, los, los! Warum hab ich überlegt nicht reingefallen? Ich hab zu langsam geschalten. Was ist... Mal so eine Frage. Wenn ich den Star-Top-Emilien soll, machen... Machen der ein Hard? Wir machen heute noch ein Boxen-Stop. Ein Boxen-Stop noch mit unserer Strategie. Da hört er mir eigentlich zu wild, mit ihm reden? Hm. Jeff so. Ach, du, weil ich einfach raus wieder. Jeff denkt sich so, ich bin der Boss. Halt die Fris reden. Ich bin der Boss. Fisch einem der Boss. VSC endet. Gleich kommen die grünen Flaggen. Ich glaub, Jeff hat zu viel Rick Rossgel. Wir müssen das Delta bis zu den grünen Flaggen beibehalten. Drossle deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Damit riskieren wir eine Strafe. Ringere sofort dein Tempo. Infl- Gass, gass. Wir müssen feststellen, dass die Harten sind okay, glaub ich. Ein mit Leben. Die Mikrobeln haben wir nicht geguckt, ob das scheiße. Obwohl, ich kann schon Farbe beim Flügel, aber ich glaube, ist schon trotzdem ein bisschen... ...wag. Ich wollte mein Tempo gar keine Sorgen machen. Ja. Achso, ich hab meine Rem weggeworfen. Auf Holger in der Runde 1. Also, Tempo, wenn du Wund holst, geil. Bist du jetzt DLF? Bin raus. Was für dich? Nee, ich bin letzter. Ich bin letzter mit Abstand. Man's knicken. Kann Martin noch holen. Dann war's das. Ja, es kommt safe noch ein Safety Car. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Auf jeden Fall durch meinen Harten, die fahre nicht noch mal rein. Ja, das ist von mir. Oh, nee, von mir ist Kevin. Riders, glaub ich, hinter mir. Ich seh gleich ne Gelbe. Oh ja. Wird das ein Safety Car? Ja, schon wär's. Ich will jetzt einfach riskieren. Nein, es wird kein Safety Car. Fuck, ich bin zu dumm. Ey, fuck. Ich dachte, es wird ein Safety Car. Na toll. Der liegt hier auf Soft. Der liegt hier auf Soft, oder? Ich habe es riskiert, den hast du gekackt. Also heute Forza Ferrari. Ja. War abschussend. Aber du bestätigst, das ist Runde 4 von 29. Ist ganz schön geschlafen. Tromm. Da steht ja, ist schon wieder Yellow. Yellow Flags. Kevin. Aber da ist nur der Ross. Gelbe Flagge. Grüne Flagge. Ich komm nicht mal an Eid ran, Digga. Fuck, Mann. Ich hab zwar Dauer auf DHS bei Indiga, aber ich komm nicht weiter ran an ihn. Alter, der will ich als Head Racing. Ach, du heilige. Okay, man hat ein Damage. Allein hab ich ihn mit Harten geholt. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt Aber fett, ich weiß nicht, was kommt mir in der Box. Fahre nur drei Sekunden. Das ist halt auch scheiße. Nein, ich hab mich gedreht. Ich lasse es mal alle vorbei. Hmm, Ticker. Ja, doch, halt, Damage schon fett weiter. Head Racing? Ja, der war Hitzer-Mieter-Box, wo ich kann eine Box fahre. Kevin, ne? Achso, nö. Wer ist denn in den Dreh? Ja, den konnte ich halt ins Überholen, dass er mich bewundert hat. Wo war ich die Namen? Ja, eigentlich nicht. Ne, den Kevin, ich kenne ja auch zu 100% noch ein bisschen, der ist ja echt ein guter Fahrer. Ich weiß auch, ob er 5% so ablust. Oh scheiße, Lappenhaft. Das war's. Okay, das war's. Moin, Simon. Moin, bitte. Ey, Mann. Aber komm zu der Backfield. Kann man ja bei Alpha Taujan rufen? So, yo. Franz, hier Franz Toos. Hier Phil, der lebt noch. Komm mal weg. Kalk machen. Der ist Deutscher. Den kannst du doch durch unterhalten. No, Franz. Hier ist es Take-To-Rain. Jani, warum hast du 30 von ihm? Kevin. Ah, fragt Timo. Das ist irgendwas. Gar nichts. Und Kevin ist weg, ist raus. Kevin, raus. Es gab einen Zwischenfall auf der Strecke. Oh, mein Martin will das Safety gar nicht rausschicken. Sei einfach vorsichtig. BVO rein. Geil, ich bin grad die Box reingegangen. Hättest du nicht sagen können. Ach, Mann, ne. Aber... Ähm... Warte mal. Also, ich fang noch nicht rein, weil... Ich glaube, ich komm dann... Zwischen den überrundeten raus. Ne, ne, ich warte noch. Ich meine nicht den aus 3,4 so ein zweites Mal. Ich wiederhole das nicht. Was? Das ist eine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Dann investieren wir eine Strafe. Deringere sofort dein Tempo. Oh, die muss immer nicht letzter sein, ne? Warte? Immer nicht letzter. Ich hasse das Delta, man muss gefühlt mit 100 kmh fahren, Digga. Oh, das Safety Car kommt rein, also das ist so. Das Safety Car kommt rein und durch. Also ich bin gerade tatsächlich vorbeigefahren. Ja, man, letzte Woche hat mal so ein langes Safety Car und das hat man mal ein zu kurzes. So, jetzt dürfte ich reinfahren. Ja, ja. Ja, kann ich irgendwo her. Das Ding ist, ich muss nochmal reinfahren, wenn ich auf Mediums gehe. Die halten nicht so lange durch. Ja, ich gehe auf Mediums und beende auf Soft höchstens. Ich werde nicht zuerst auf Soft gehen. Ich habe... Ey, das Delta, ich check das Delta nicht. Ja, ich auch nicht. Einfach dran halten. Ja, dann herrschst du nicht dran, auf einmal droppt es so nach oben, dass du ein Minus bist. Ja, ja. Manchmal muss ich auch eine Vollbremse machen. So, jetzt. Für mich dauert es natürlich nicht. Shit, nicht. Ich habe doch gesagt, es ist noch nie vorbei. Vorder Ferrari. Ja, trotzdem drei Sekunden. Ja. Ja, ich habe... I've got a step on the deck. Geht klar. Boxenstop in dieser Runde. Der Fettraising ist reingefahren. Ja, klar war auch nicht Ja, da fahre ich auch ran Fertig, los jetzt Ich komm zu dir Pass mal auf, ich komm gleich bei euch bei einem an Oh nein Nicht du Ich hab mich schon auf das gerät, oh mein Gott Ich darf den Curve nicht mitnehmen Er ist zu hype, mich zu divebomb, dass er sich da dreht Im Safety Car Jo, bleib mal stehen Ne, ne du, ich will dir noch einen Safety Car herkommen, bevor es reinfährt Ja, du willst einen Safety Car nochmal nehmen, aber du weißt nicht, dass du da derjenige bist, der den Safety Car verursacht Ah ja ja Ah, keine Monate Ja, bin ich jetzt erstmal, soll ich Australien verkacken Was, Ryder? Ist hier doch auch grad ziemlich wild aus, wie der bremst Ich 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 Ach, da vorne seid ihr? Okay, gut. Oh nein, nicht er. Spass. Alter, dann kannst du ja Glitzin legen, man hat ja 5-Sekunden-Strafel. Zendek mal! Oh nein, wer kommt da im Rückspiegel? Nein, nur wenn du hinten rausfährst, nur wenn du hinten rausfährst, dann gibt's fünf. So schnell in die Boxe einfahren, schätze ich. Ja, kann auch sein. Ne, der kriegt immer eine Durchfettsstrafe, oder nicht? Oder Rat, ne stimmt, Rase. Ja, der kriegt mal 5-Sekunden, stimmt's. Rase. Maurice, bitte fahren wir nicht hinten rein, Ryder, was da vorne passt. Ja, also dann. Ich musste grad mal in Augen kratzen, negativ. Aber ich find schön negativ, man kann eigentlich mal so eine Date-Anzeige sehen. Weißt ihr, wisst ihr, was mir im Nachhinein eingefallen ist? Ich konnte sie davor aussehen, ich hab sie nur nicht gecheckt. Ist ja unter der Positionsanzeige, unter den Sektoren. Und mein Streaming-Overall war ja ganz rechts um, über der Position, ich hab einfach nicht gecheckt, was das Delta ist. Oh, Mann. Oh, Mann, Alter. Oh, Mann, Alter. Auf, Boris, pass auf zu fahren, ist er langsam, ist er langsam, ist er langsam, ist er... Ja, ja, das ist Armour, das ist Armour, der macht's mit Absicht, er ist langsam. Dass es an alle richtig schnell von Anfang an, äh, machen können. Weil alle Zeitstrafen bekommen. Ja, okay. Wie du im Nachhinein hast du gelegt, kannst du dir direkt eine Dive-Bomb zu kassieren? Nein, du? Ferti-Racing ist hinter mir, ich sehe jetzt schon gleich eine Oblech. Ja, ist vor mir. Und ich bin auch vor Ferti-Racing. Yo, die Ferti-Racing hat jetzt schon fast abgeklappert! Ja Hast du kommen schon gehört? Oh was? Oh mein Gott, was wird das hier? Boris! Boris, chill! Achtung, Achtung! Oh, was ist das? Flupi, Flupi! Flupi! Digga, oh mein Gott! Alter, Maurice! Mein Gott, was war Z-Racing da? Digga, ist das ja dumm! Ich hab's gerade im Rückspiegel gesehen. Alter, was geht denn bei ihm? Er hat ja Entschuldigung mit mir irgendwie gemacht. Digga, ist das ja dumm, Alter. Ich hab's gekriegt den dummen Hurensohn, Alter. Mein Gott, Digga, lernt fahren mit Hurensohn. Im Druck haben die Marshalls alles rechtzeitig wegräumen können. Mein Gott, jetzt hab ich unentdeckten Damage, Digga! Du bist so ein Pisser, Mann! Scheiße! Ja, aber die ist doch gut was abgeflogen bei... Ja, ich weiß. Also, wir sind eine Ferrari-Motor-Familie, weißt du? Und irgendwie... Manche hier... Manche benehmen sich nicht gut. Der Falle war richtig nice. Der Abstand zum Vordermann beträgt 3,5 Sekunden. Ah, Federer, ich muss auch rein, Digga. Jetzt bin ich mal gespannt, Digga, was für ein Clip er rein sendet, Digga. Ja. Das Ding ist, er hat mich ja leicht berührt, deswegen bin ich ja nach links gegangen, dass er mich überholen könnte, ja? Aber nein, er drängt doch weiter in hier rein, Digga. Oh, jetzt ist er schon wieder hinter mir. Ich sehe, wenn ich keine Zeitstrafe hätte, wäre ja ganz geil, glaube ich. Ich sehe, wenn ich keine Zeitstrafe hätte. So, jetzt kommt einer. Du der fähig nicht. Was sollte ich schwierig sein? Das ist doch nicht, wenn ich das so介iebe. Mal, dann noch nicht. Nein, deshalb... Du... 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 Jetzt wird irgendeiner DS Oh, das ist deine jetzt schon wieder Oder dann, wenn nichts, irgendwas kriegen geballert Alter, was liegt da auf der Strecke rum? Wer? Alter, es waren gerade drei an die Borden oder so Das war Rescue, oder? Ja Okay, die Rennleitung hat das DRS jetzt aktiviert DRS ist jetzt aktiviert Eigentlich krieg ich auch mal Green Time Dagger im Stream Ja Oh, Kyugis, er fährt ja den ganz alleine Band Mich kratzt es so hart an, Dagger Ich war auf dem 5. Platz, Dagger Ich habe vorne mitgekämpft, Dagger Das ist unglaublich Dann dreh ich mich, Dagger, was man eigentlich schlurrt war Das ist alles super, Dagger Oh, die harten Faller lassen sich richtig scheiße fahren hier auf Australien Nee, das ist nur auf, wenn ich meine drei Runden Gefühlt habe ich immer noch ein Flügel gedamaged, Dagger Was ist da los? Unterboden ist ausgelaufen Ja, deswegen Nee, ich passe nur auf, dass ich nicht reinfahre, alles gut Ich wollte außen rum, aber dann habe ich gedacht Oh, nee, machen wir nicht Alle, die kann weiter mit seinen scheißharten Reichen da vorne bleiben Da traf den Kahn ja weg, das ist spätisch Ich habe es gerade gesehen Nee, mach mal nicht, bitte Ich habe Followered überholt Ich habe Followered überholt Marcy ist raus Was? Ich glaube, er ist der in der Ferne Was, der ist komplett weg? Ja, ja Alter Alter, sorry, ich habe gerade aufs Teltag geschaut Alter, achte Scheiße, mach ich Hu 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 Alter Warte, die haben Fescher? Wie viel? Wieso? Oh, geil Okay Timo, ich kann mitkämpfen Du kannst mitkämpfen, okay Ja, ich habe 30 Sekunden auch Grüne Flaggen warten Okay, alles klar Oh nein, das ist fette Racing schon wieder hinter mir, Digga Oh, nee, nee Man hat Angst, den hast du da nicht, sondern man hat Angst, fette Racing mit da nicht Nein, einfach Romeo, die ist dies Die ist diesmal für den Bull, also Hey, das war hier, oh mein Gott Achtung Hilo Alter Hilo Alter Es gab einen Zwischenfall auf der Strecke Alter Hul Shit Seid einfach vorsichtig Alter Das tut mir leid, okay Chilo ist noch drin Alter, Jari, wir sind in den Punkten Chill Chill hat eine Durchfahrsstrafe Alter, was ist das für ein Rennen Alter, ich habe es gesehen Alter Jan Äh, 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 Karl, ich habe es auf meinem Streams auf Ich auch Also es ist nichts kaputt und ich habe es auf dem Video Drossler deine Geschwindigkeit Unser Delta ist zu niedrig Warte mal, jetzt, jetzt kann ich es richtig kommen Deringere sofort dein Tempel Äh, äh, warum denn jetzt? Ja, aber das kam 10 Sekunden zu spät Ja, echt so Ist ja wirklich so, ich hätte in eine Box gehen können Ja, ich gehe, also ich fahr jetzt nochmal eine Ja, ne, ne Ich kann überlegen Warte mal, wer ist denn ganz vorne? Wir sind ganz vorne Ja, gut, ich bin ein bisschen weg, ne Ist es der Red Bull der ganz vorne ist? Ich glaube nicht, ne Ne, wenn Ne, ne Ne, wir sind ganz vorne und zehn Ich glaube, wenn Ich warte noch ein, ist sicherheitshalber Weil ich habe keinen Bock, dass ich wieder mittendrin rauskomme Nein Oh mein Gott, ich bin viel Viel, vier, vier Oh mein Gott, ich Das mach nichts Alternative Strategie, jetzt bin ich, jetzt bin ich aufgeregt Ich bin mir der Hart vorgeschlagen Mediansolrunde 15 Ja, das, weil ich jetzt gefahren wäre Komm, machen Jetzt fahr ich auf denen durch dann Die halten dann Ja, ja, der, ja, der Was, der liegt noch? Ja, der hat, er hat Entschuldigung durch, Verschrau Wird er ist raus? wir haben wir haben einmal da vorne mitgemacht so jetzt war ich boxen ich weiß nicht meins es geht meins 14 roten so setzen die aus ich habe zwar also ich habe 20 auf medien 20 prozent das hält erhalten die reifen nicht aus also ich werde auf mediums gehen ja ich habe mit dem schon drauf ich habe mediums also keine neuen mehr ich habe noch neue ich war erste runde bis mediums angefangen dann bin ich zweite neue mit dem frontflügel die habe ich jetzt immer noch drauf hast du die seite sind jetzt 14 roten halt ich weiß ich weiß weil ich jetzt machen würde ich weiß nicht so oft nicht aufs reichen nicht so frei denn da muss doch draußen bleiben da geht doch unter 18 ist scheißegal scheißegal für mich läuft so gar nichts heute die gast so ein abfahrt ich bin hinter tobi und dieses project im 15 alte wo bin ich hier gelandet stopp ich möchte hier raus losfahren losfahren vor moris damit haben wir unsere strategie durch der crash der war so wild oder oh mein gott bis jetzt ok na du ok ich gehe halt wirklich platz 1 2 und 3 von ich trage es ja nicht ja habe ich auch mal gespürt da war ich letzter platz in der 100 prozent da war ich letzter platz war zwischen 1 und 2 das war angenehm kann ich das sagen was meinst du was haben es sorgt für eine maximale reichen wie viel runden 79 achso 79 prozent 79 runden auf soft ja auf mich ich weiß na so kann schon das sind 13 runden die du aushalten musst ne das schaffe ich niemals diga ich weiß es nicht weil ach ne ich glaube ich muss doch andere reichen drauf machen oder ich hab ja bis jetzt nur me-cams drauf gehabt also entweder hast du auch noch ein safety car ne ich fahr glaube einfach runde 19 aufs soft und dann wenn ich darf ich heute viel gratulieren dass er überlebt hat ich glaube ich darf ihn heute gratulieren aber ich habe auch schiss ich habe auch schiss dass wenn ich auf regams wirklich bleib aber ne ich kann ja gar nicht bleiben ich muss ja wechseln weil ich reifen brauche also andere reifen eine sorte achso er hat zwei mili also ja gibt es wenn du da sind dann mal durchfahren ne das bleibt also oder soll ich jetzt auf softs gehen ich gehe jetzt auf mediums ach ich gehe jetzt ach jetzt na probier es ich weiß nicht ich gehe jetzt ich gehe jetzt no risk of thumb ich bin ich bin nur drinnen ich muss dann andere entschuldigung mal kurz einladen muss noch mal ganz so fragen also ich vorgabe ich habe alle sie sich weg aus haben ab normal ja und das noch mit dem selben team oder halt nicht wie in den zentrum vielleicht kann man das ja kommen wahrscheinlich ist aber ich fühle mich sehr gut ja also aber ich war bei mir auch knapp ich bin auch zwischendurch gefahren oh mori sorry ich schaue meine reifen an pass auf pass auf mori pass auf danke chef safety car was geht hier an oh mein gott was ist das hier ich habe eher angst also ich verstrafe und tatsächlich das ist der crash wo ich mir hier ist wohl rausgekommen ab letztlich ist ja ja und da habe ich ja da habe ich auch durch verstrafe bekommen was auf mori pass auf pass auf pass auf mein gott ich hatte beide fünf sekunden jetzt oder was oh mein gott mori sorry ich habe den starker auf mich so kackt ich bin da naja was ist mit maus los ich bin da die schnellen reifen da probiere ich gar nichts zu gehen zu halten scheiße ich bin los alle was geht ab was geht's ich glaube ich muss gleich kurz also was geht hier ab wo ist passiert das von mir das was 13 ja klipp doch schon du hast eine minute klippen das ist noch eine minute ist eine minute auch drin jetzt klipp macht ihr da hallo was geht denn was geht denn hier die tue mich versandwichen alle das hier behindert ich bin ein team hinten reingefahren von flüge damit nein moris habe ich zu spät gebremst ich hätte damit rechnen sollen du hast nichts gemacht was nicht falsch gemacht ich klipp es auch nicht ich kann es auch nicht verreihen oder verleihen wir müssen zusammenhalten danke kalle great maneuver danke chef oh mein gott nick ruft mich an dergern ja maurice das bist du ja obwohl ich habe einen plan dergern oh mein gott ich kann jetzt was wir alles machen das ist das sandwich nämlich komplett ich hole dich wieder pass auf pass auf pass auf ich komm oh mein gott ich habe maß jetzt auch komplett ausgebremst ich glaube er hat kein vollflug jetzt mehr weg durch mir ja das geht dann ah ne er hat noch voll flüge gut also ich weiß gar nicht was wir post den stream bei youtube danach nochmal anschauen alter das wird ja und wie viel kräftiger war uns bis jetzt ja ich habe ich bin team oder hätten reingefahren ja ich bin team nee als super ich habe zu spät gebremst team hat nicht zweites gemacht ich hätte weiter nach links fahren sein ich habe Angst ich muss bei Alpha glaube ich mal reinschauen was da wieder abgeht ich war jetzt auch durch mit software zehn runden gelb 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 wo sektor zwei drei wo ich sehe es nicht ja da sind wir doch ist wieder grün äh die fahren aber noch ist wieder grün kann man sich da ich glaube das war oh mein gott ich bin pst tier 18 na ein pferd nee was fällt denn 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 schon mit box der abstand zum auto vor dir beträgt 1,6 sekunden schikane oder was wieder schikane oder was wieder schikane oder was wieder ich bin gesaved weil ich habe ein haas über dem runden sich der fp 60 naja der war boxenstopp ja weil der hinter uns ist weil der in der box hinter uns ist ich habe IT überholt ich habe IT überholt pssst alter kraftfrontflügel nicht gehabt bist du fredgerracing ist vor mir digga ich habe kein bot mehr digga ich habe ein entscheidendes problem chill hat die softs wir haben beide drei sekunden und der kommt mir immer näher das ist nicht gut wer ist in der box wer ist box zill ah phil cool phil ist box heilt der quersh gleich alter wtf also maas entschuldigung also da mich überholen das ist ja das ist ja den chilo und russland machen hier ich fordere mich überholt ne der wollte ne der wollte mich überholen links ach der wollte den nori ist keiner das äh äh nee ich fahr links komplett an der wand so wollte mich den zu überholen hat ein halbes Außdrechung gepasst dann sollen philo und chilo mal ein bisschen fighten habe ich nicht gegen und diesmal ein bisschen gegenseitig ausbremsen und rauf ohne teilstrafen von philo und chilo ja auch recht will er mich überhaupt überhunden haben aber ist das so viel schneller als ich oh nein altes hintermügel fährt racing ist vor mir der gar der kann rad werden ich frage mich auch wie die noch leben oder wie zumindest einen leben kann oder leben die jetzt mal noch beide nähe oder wer also da bist du also weil das rutschel ist hinter mir ja was will gewirkt an der box ist ja deine mutter box ist ja die lab chef ich fahr durch das mal alt ganz normal vorbei ich hoffe alt und fette racing boxen sich jetzt richtig dass ich sie beide überholen kann fette racing wird so viele punkte kassel wieder diese runde ja war da leid ich hab das vorher nur bei euch im rück ich sehe mein schatten der machte er ist einfach in dich rein gefahren ja der ist einfach in keine ahnung was ich dabei dachte digga er fährt einfach in mich rein er hat rechts so viel platz so viel ich war vielleicht wollte er Windschatten nehmen digga aber dennoch wie dumm alle was ich dieses mal alles auf stream hab die ganzen safety cars der crash von chilo und rider der das bringt nichts denn die brauchen neust du bier 50 euro ich bin fehl 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 ok ne ne das gibt ne anzeige das gibt ne anzeige alter det war ja ne kamikaze da hab ich vorhin nach rechts gedrängt der ruhensohn der nette mensch von dem anzeige oh ich bin auf Twitch der nette mensch huch chilo bitte nett komm ich will ihn punkten mach net diese der abstand zum auto vor dir betreiben 1 und 6 Sekunden oh mein arsch du bist hier moin Twitch auf Flagge und fettracing verteidigt echt gut muss ich sagen fettracing verteidigt echt gut aber jetzt hab ich den äh äh der es jetzt kann ich ihn easy überholen ich bin mir nicht drauf klar wie er vorhin äh rider uns äh verteidigt hat Kalle yellow achso ne dicker ich kann nichts gegen fettracing ausrichten man ich hab soft er hat einen medium sticker wieso ist er so deutlich besser als ich hab anfangen ha Martin u Mogbell ich bin aus dem punkten Jungs nicht sowieso die sie fahren halt auch softe dann kann ich ihnen jetzt machen Der Rescue listened hut hoch wie klar entehmu auf werde ich nicht gut x2 xd Ich warte auch noch drauf, hier staut sich, Flupy bauke ich mir den Punkten, ah der Fett auf soft, der Fett auf soft, noch um, die ist hoch, Flupy hat 11 Sekunden, der ist gut, der ist gut, okay warte, Minus, 8 Sekunden, okay wenn ich 8 Sekunden hinter ihm bin, passt das, dann bin ich im Punkten, scheiße, nein, der ist auch ne Zeitstraff, wenn wir kommen, verdammt, deshalb Rescute mich gleich, okay, Fett hat mich richtig gut ausgebrennt, das, Fehler gemacht, Schillow dreht sich, oh nein, bist du gegen die Wand gefahren, Gandal, ne, in Späße, ja, bei mir, halt, weiter, äh, erster Weg noch, ja, von welch Flupy halte mich neun, ich will Scabby, wie Platz 4 bis 8 alle Strafen haben, ja, und dann fähnst du, dann gehst du bei Rescue Follower, wir weiter, oder nicht, ne, ich hab keine Strafen, durch, du nicht, na dann, Mars hat aber ne Strafen, ich hab meine, sag mal so, hätt ich nicht mein Fafer Anfang gemacht, ne, also, Timo, weißt du, bevor ich rede, da wäre ich hier ohne Strafen, Flupy, hast du den, Flupy, Alter, weißt du, und da Mars wieder an dem ich überrunden will, also, Nein, 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 ! No, man hat Angst, packst den, hast duяз lockert die Wand, die Shiite, jetzt kann ich ne eigentlich noch überholen, Alter, den dummen Nuppen-Sohn ! strokesimanisch Achso stimmt, ich hab mein Auto eingezogen Unterhalte YouTube-Altersbeschränkung Hier ist hier wahrscheinlich jetzt ab 18 geschalten Schade, ihr müsstest leider euren Ausweis angeben, hier ist Videosus ja Ich bin schon fast ein bisschen leid Jetzt kommen wir her, Altege und Chilo Kommt beide her Ich will halt, äh, nicht Chilo, der andere Kommt, wie ich die halte ihn hat Warte, hinter mir sind Phil und Rescued Ich fahr fünfter Platz, Däger Ich hab fünfter Platz gestartet, Däger Ich hätte mindestens achter Platz werden können Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus Überrunden sind wir nicht, ne? Und wir müssen nur komplett fahren Ach, oh, Eid kommt Oh, oh, nö Ja Der hat, der hat fünf Sekunden auch noch abgesetzt Und er sortet auf 26% Däger Ja, okay, schreib ich easy Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 5,4 Sekunden Das Ding ist Kalle, ich frag grad's an, du kannst mir noch eigentlich reinträglich einholen Du hast mir gebt, ich hab's haft Meist sind extremst abgenutzt Deine sicherlich noch nicht Ich kann Chilo noch einholen Ich kann Chilo noch einholen, dann komm ich auf den 12. wenigstens Ich bin grad hinter Filzern, mein Song, Mann Dass er sich rausdreht, oder? Ne, dass er sich rausdreht an mich nicht Achso Sex Sex Anfänger Mach mal, Pelo Mach mal, Pelo Sorry, mach mal, Ohne Ich glaube, Entschuldigung, aber was passiert jetzt hier weit hinter mir? Alter, Mars, siege weg! Alter. Wir haben noch Benzin für etwa vier Runden. Ich muss Schillo irgendwie, ich muss an Schillo richtig rankommen. Er ist sechs Sekunden vor mir, er hat noch eine drei Sekunden Strafe. Ich muss drei Sekunden irgendwie rankommen. Ah, ich muss noch drei Sekunden bekommen, das? Tu mal, mal drei Sekunden, scheiße, Eid hat mich. Scheiße. Übrigens, Schildes eine Soft, äh, werden noch mehr abgenutzt sein als meine, ne? Deswegen müsste ich ihn jetzt in die nächste Runde haben. Nee, scheiße, das schaff ich nicht. Es gab einen Zwischenfall mit Trümmerteilen auf der Strecke. Oh, oh, was ist denn? Wo, wer, wann? Und es gibt keine Pläne für ein Safety Car. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 10,2 Sekunden. Wer denn? Alfa Romeo. Sektor 3. War Federacing. Der Typ ist echt geisteskrank, scheiße. Der dumm, der ist ein Wunstsohn. Marci ist raus. War da vor mir? Ja, war hinter mir, scheiße. Guck dir nicht. Bin gar nicht. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Sektors. Ey, ich hab Schilo. Ich hab Schilo. Ich bin Platz voll. Ich bin Platz voll. Ja. Ich hab Schilo. Ich bin 11 da, Jungs. Ich hab Schilo. Okay, damit hab ich's versaut. Das war's. Das war's. Hier, 11. Okay, konzentrier dich. Wir müssen dranbleiben. Ja, super. Die kann ich easy durchlassen. Fuck. Timo, du hast es. Komm. Warte, ich bin gerade sehr konzentriert. Ich bin schon 9. Ich bin P8 vielleicht. Ich bin schon nicht P8. Die schien sich nicht ob da vorne. Ich hab Schilo jetzt überholt. Let's play Walschloch, ja, nicht 10. Platz. 11. 2. Oh mein Gott, P8. Yes. Timo. Forza-Farai, Riggau. Psssss. Forza-Farai, ja. GG, Timo. Ich hab das Rennen weggeworfen. GG, Timo. Nein. GG. Alter, habt ihr mich am Ende noch gebettet mit Flupi und Rescutes. Alter. Und es wird P12. Schade. 2 Punkte für Ferrari. Nee. Fette Racing ist mir ein Zimmer leer. 4. 4 Punkte. Timo. 4. Oh, 4? 4. 4. 4. 8 ist 4. Echt? Oh, damn. Ja. Alter, war das ein wildes Rennen. Ach, zu heilig. Der Anfang. Der Anfang hat mir meine Punkte zerstört. Tobi. Ey, der fährt für Forzetti. Ja, Tobi hat's geschafft. Mal wieder. Wie immer. Wer hat's geschafft? Amor oder? Wer hat jetzt gewonnen? Amor oder Tobi? Ah, ne. Amor. Ah, okay. Amor, ja, okay. Was für eine Frage eigentlich, wa? Was für eine Frage eigentlich? Oh mein Gott, meine Strategie ist halt no joke aufgegangen. Alter, meine Reifen am Ende, meine Source waren auf 50%. Ich bin um die Kurven gefahren. So, wie kann ich, äh, hier Dings, diesen Spielkater, das war echt ohne dich in der letzten Ohne, warum läst du nicht einfach vorbei? Amor hat es schon. Alter, war das ein wildes Rennen. Puh. Puh. Was dann? P11. P11, ja. Echt schade, Mann. Zum zweiten, Mann. Also, der Projekt ist von 16 auf hier. Damn. P11. 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 P11.